Wie geht es dir, Musa? Alles gut? Was läuft? Was machst du, Musa? Gib Bescheid, wenn du live gehst, Musa. Alles gut, alles gut. Was geht bei dir? Ich auch, Bruder. Deswegen habe ich Tabakmahnung bekommen, musste ich kurz raus. Sagt barisch, Leute, dass ich online bin. Schreibt bitte barisch, dass ich online bin. Was ist barisch? Was ist denn so barisch? Deswegen, Leute, ich sage euch das. Ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Wisst ihr? Ja. Bruder, du hast mich auseinandergenommen mit dieser Verhandlung. Hm? Ich sage dir nur barisch. Weißt du, ich war wirklich immer so netter Typ, weißt du? Aber die Menschen sind leider nicht. Bruder, ich kenne die Leute nicht so. Guck mal, ich bin gerade bei Engels Gesicht reingegangen. Er hat direkt angefangen zu beleidigen. Ohne Hallo. Warum? Einfach so. Hat er bei mir auch gemacht jedes Mal. Ich war zwei, drei Mal mit ihm live. Gerade eben, bevor ich dich jetzt angefragt habe, er sagt ja das OS-Wort, Bruder, auf Türkisch. Barisch, danke nochmal für die ganzen Geschenke gestern Abend. Du bist voll der Korrekte, ja, Barisch? Alle, die hier sind, folgt bitte Barisch Goko, der ist ein richtiger Gönner. Wann hab ich dich gegönnt gestern Abend, Bruder? Du bist... Sencher, Bruder, wenn ich irgendwann zu deiner Familie dich bereit habe, ne? Ja. Tut mir leid, Bruder. Okay. Wenn ich das auch gemacht habe, tut mir das auch leid, Barisch. Ich will meine Community auf eine Respektart und Weise aufbauen. Und ich will, ich hab mit Fitna angefangen, mit dieser Beleidigung angefangen, unter die Güte. Ich will jetzt ein bisschen bessern, ja. Ja, und manchmal Leute proposieren, weißt du? Bruder, manchmal Leute, die kennen mich so, die beleidigen mich direkt. Ich geh direkt raus, Bruder. Barisch, mach mal wieder Fitna. Bruder, guck mal, ich mach bisschen Spaß. Bisschen Fitna kann man machen, aber nicht dieses Familie beleidigen oder so, das ist eklig, Leute. Man kann ein bisschen Spaß machen, ein bisschen unterhalten, so ein bisschen lustig sein, kein Problem. Guck mal, Halbi, ich schwör auf Koran, ich bin gerade live gekommen. So fäng ich schon wieder hier an. Okay, Jungs, nur wenn ich den Zuschauerabwärtschein geladen habe, Barisch. Hi, Eddie, wie geht's dir? Gut, und selber? Danke, mir geht's auch gut. Wie geht's dir, Eddie? Gut, gut, Gott sei Dank. Selber, selber. Wie geht's euch allen? Schönen, Bruder. Eddie, wie war es, oder? Ich komm aus Kosovo, ja. Ja, sieht man direkt an dieser Sonnenbrille. Bruder, Albana sind unsere Brüder. Alle. Baba, Sonnenbrille, wahr? Zeig mal, was ist das für eine Marke, Bruder? Gar keine, 10 Euro, Bruder, ich liebe sie. Echt? Sieht top aus. 10 Euro, nicht unter 10 Euro. Ich hab die seit einem Jahr. Aber Bruder, du hast die... Die sind aus dem TikTok, was ich oft benutzt habe, diese bei Verbessern. Die ist echt top. Bruder, aber helft dich, Bruder, ja? Die Brüder sieht bob aus. Ja, auch sein Bart und dann die Haare, die kommen so runter. Der sieht aus wie ein... Boah. Er hat Style, Bruder, er hat Style, Bruder. Schöne, danke. Bruder, er hat bestimmt viele Frauen, Bruder. Bei uns leider nicht so. Ja, wir sind immer alleine am Sitzen. Ja, Central, du bist ja auch alleine. Ja, such dir eine Frau von Heimat, Bruder, hab ich dir vor 200 schon gesagt. Aus welcher Stadt seid ihr Jungs? Seid ihr alle aus Hamburg, oder das? Nein, nicht nur. Hm? Woher kommst du, Central? Ich komm aus Krefeld, das ne, Düsseldorf. Du? Krefeld, Stuttgart. Ah, ja, das ist die Familie bei... Kennst du Ludwigsburg und Bittigheim? Ludwigsburg kenn ich auch. Was bist du für Landsmann? Also, mein Mutter ist halb Türk... Dennis! Halb Albanerin, mein Vater ist... Hey, Dennis, du hast mich abonniert, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich bin stabil. Wie viele Abonnenten hast du schon? 3. Wie alt bist du, Bruder, ID? Dennis, danke schön, Bruder. Du hast die kurdische Seite, Ludwigsburg. Nein, türkisch und halb türkisch, halb albanische Seite. Ach so, und Kurden hast du hier keine? Ich küsse deine Herzen, Leute. Und Gladbach. Ach so. Gebt mal Gas, Leute. Hast du noch Streit mit diesem Mastak? Leute, dankeschön. Ein Ehrenmann hat mich abonniert, Daniel. Dennis Majewski. Der Mastak. Der mag dich, glaube ich, der Mastak. Vielen lieben Dank. Der nächste Abonnement kommt von Daniel, bestimmt gleich. Wir müssen einen Team aufbauen. Team GOKU Leute. Alle folgen. Warte, zum Thema Mastak. Der Mastak hat jeden Tag deinen Namen in den Mund genommen. Hast du nicht Angst, dass du irgendwo mal was anderes von dir in den Mund nimmst? Guck mal, Mastak, gell? Dieser Mastak. Hört mal zu. Dieser Mastak. Oder wie der heißt. Ja. Du weißt, wie viele Jahre es den schon auf YouTube gibt. Und weißt du, seit wie vielen Jahren die sich profilieren das, als wären die so Kampfsportler. Wisst ihr das? Dennis Majewski. Du wisst hier, dass auf der Straße, so wie ich die gesehen habe, was die machen, wie die aussehen, wie die gebaut sind, wie die zuhauen. Das sind Köpfex, Alter. Ja, die machen einfach... Oder ey, sag mir mal deine Meinung zu Dennis Majewski. Der Mastak haut gegen so einen dünnen Ast. Dreimal verletzt sich dabei. Ich schwör's dir. Und mach dann auf, ich werde der stärkste Mann der Welt. Und dann auf Schaunin und keine Ahnung. Dann gibst du eine halbe, der liegt. Ich schwör's dir, da kämpfe ich drauf. Mastak, Mastak. Sag mir mal deine Meinung, Eddy. Zu Mastak, Ura. Hab ich doch gerade schon, Habibi. Ja, sag nochmal, aber ein bisschen... Was würdest du mit ihm machen, wenn du ihn sehen würdest? Was würdest du machen, wenn du ihn sehen würdest? Nein, das ist gerade nicht auf der Ebene, dass ich... Nein, der meint einfach... Ich möchte, du sagen, die Wahrheit, die sie sind. Das ist nur die Wahrheit. Das ist doch nur die Wahrheit, Jungs. Okay, stell mal vor, du siehst ihn auf der Straße. Er kommt und er sagt, ja, Eddy, was geht? Nimmst du diese Flasche? Nein, sowas mach ich nicht, Habibi. Der kann nicht einmal gehen, war ich. Ich sag dir. Der hat nach 20 Metern gesagt, sein Fuß tut ihm... Ja, aber Mo, ich glaube, wenn man jetzt so bei dir bei dir in den Ring gehen würde, Mastak würde ich schon gegen dich besiegen, glaube ich. Ey, Mastak. Ja. Nein, du musst erst mal fragen, ob er Kampfsport macht. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Hä, wie machst du Kampfsport, Bruder? Ach nö, jetzt grad nicht. Aber ich hab äh... Du hast so viel gedankt, Habibi. Ich freu dich, Bruder. Siehst du? Bruder, er hat mit Conor McGregor gekämpft, Sanchez. Was willst du dir sagen, Bruder? Ja, aber ich meine, der da unten, der Mo gegen Mastak... Mastak, zum Beispiel, wenn Mastak... Ja, aber Mastak ist kein Gegner für mich, bitte. Ich glaube, wenn Mastak gegen Eddy kämpfen würde, ich glaube, Eddie Habibi würde ihn besiegen, weil Mastak halt bisschen... Warte, komm! Schau mal, Mastak ist kein Gegner, da ist er selber, würde ich gegen eine Frau kämpfen. Guck mal, der kann sich bestimmt hauen, aber so wie die sich profilieren, dass die jemandem was beibringen wollen, das ist schon peinlich, Alter. Bei dem hauen können die sich bestimmt. Bruder, ich sag euch mal eine Sache. Guck mal, ich sag euch mal ein Sprichwort, sag ich auch ihm schon. Dein T-Shirt hat doch zum Beispiel Falten, ne? Bruder, du ländest dich bügelt. Das ist, wie ich zähle, dein Leben. Isst nur mit Falten. Das heißt, Bruder, du nimmst ein Bügel-Eisen, falls du das kann, dann nimmst du dein Leben wieder gerade vor. Das geht alles, wenn man will, Bruder. Das ist nur ein Beispiel, ne? Das ist nur ein Beispiel, Bruder. Ich glaube, Mastik würde aber Central besiegen. Ich glaube, Mastik würde ihm schon... Bruder, Mastik ist doch tatsam, Bruder. Hast du nicht seine Arme gesehen? Du gegen Mastak und ich gegen Mastik. Okay, Bruder, Mo? Bist du bereit? Ich schrei, ich gebe ihm eine halbe. Ich gebe ihm eine halbe Schelle. Nein, Bruder, Mastik. Ja, deswegen mach nur mit Schulterschlagen. Nicht lachen, Bruder. Lach nicht über Religion. Mo, guck mal, ich habe Mo so kennengelernt, Bruder. Der Typ ist gestern in einen Kiosk gegangen, hat Zigaretten genommen und hat mich bezahlt. So habe ich ihn kennengelernt. Mo? Jo. Warum machst du nicht einmal die Wahrheit über alle? Über wem? Über alle. Was meinst du? Über alle die Wahrheit. Was für Wahrheit? Ich hör dir nicht. Ich sag immer die Wahrheit. Hat er etwas gesagt? Warte. Guck mal. Ja, okay. Er telefoniert mal. Das Einzige, da was die Wahrheit ausspricht. Ja, du warst wenigstens, du kennst die... Leute, könnt ihr alle mal tippen, Bruder. Ich weiß nur, was hinter den Kulissen abgeht. Du warst ja schon vor den Kulissen, Mo 86, Bruder. Wer weiß, wo ich schon war. Jawohl, endlich ist der raus. Ja, das ist eib, Bruder. Das ist eib, Bruder. Das hat nichts mehr mit Links zu tun. Mit Respekt. Ja? Boah, das ist eib, Bruder. Was sagt der Satz jetzt? Oh mein Gott! Marco, mein Bruder! Ist das mein Profil? Ja, Bruder, das ist das zweite Account. Bruder, Marco, mit der Allerkrasse, den es gibt. Der hat mich schon so oft bei TikTok geschüsst. Keiner kann was machen. Wenn ihr den als Bruder habt, braucht ihr... Aber ich muss immer Respekt sein und ehrlich sein. Bester Mann, alle Magomet. Wie geht's? Ja, Magomet ist ein korrekter Mensch. Ein übervoller... Der hat von seiner Familie sehr viele Erziehung, oder... sehr gute Erziehung, oder verfahren. Anständiger Junge, ja mit dir. Ich muss den Erinnern sagen. Magomet, wir haben gerade über Mastak geredet. Kennst du Mastak? Ja, natürlich. Was sagst du? Er hat hunderttausend Videos über mich gemacht. Junge, was sagst du zu diesem Mastak eigentlich? Bruder, er ist Faker. Dieser Mastak ist Faker. Schau mal, der Mastak, er sagt nicht einmal, was er sich denkt. Das ist das, was die Leute hören wollen. Ich bin ehrlich. Ja, ich bin ehrlich. Mastak hat mich gepusht, gut. Der hat gute Videos gemacht, die ganze Zeit. Und der hat mir geholfen. Der hat mich gepusht. Anstatt... Ich hab ihn im Pirouat kennengelernt. Aber ist er so... Ist er Kampfsportler? Mastak? Ja. Mastak. YouTuber, YouTuber, Bruder. Aber der meint, er kann Kampfsport machen und so immer mit seinem kleinen Bruder. Das leider weiß ich nicht davon, Bruder. Ich kenne ihn so gut privat. Leute, ich hab ein Abo, Leute. Von... Ich hab ein Abo bekommen, Leute. Von Dennis. Wo machst du keinen Twitch? Ich denke, bei den guten Leuten passen Twitch. Dennis bei Ehrenmann. Ich mag lieber hier so eine Rose... Ich muss immer auf Rosen-Challenge warten, weil... Da gibt's das nicht. So, Björn. Ehrenmann. Leute, ihr könnt mich noch abonnieren. Zwei Plätze sind noch frei, Leute. Ich küsse eure Herzen. Wenn du jetzt meinen Körper siehst, wie ich aufgebaut habe. Den willst du Bruder schon bringen. Aber guck mal, du bist jetzt... Mach mal, du bist 19, ne? Ich guck mal, Bruder, oder was? Du bist 19, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, stell dir mal jetzt... Mago Fert mit 23 vor. Er hat hier... Stell dir mal vor, mit 23... Nein, stell dir mal vor, mit 23... Er hat hier auf Nacken noch einen Nacken. Er hat auf... Guck mal, Bruder. Bruder, du wirst gesperrt, Bruder. Du wirst gesperrt, Bruder. Mago Fert, du wirst gesperrt. Echt, Bruder? Ja, ja. Guck mal. Ich hab mich einmal umgezogen. Ich war unterhemd. Bruder, mein... Der wurde für 10 Minuten gesperrt, Bruder. Wegen mir. Weil ich mich umgezogen hat. Ja, Bruder, aber dein Badi ist anders als Mago Fert. Du wirst nicht, Bruder. Du wirst dann aus wie die Belästigung, Bruder. Rede vernünftig. Bruder, ich nimm deine Haare und mach Platz. Aber Badi, ich war auch schon ein paar Mal ohne T-Shirt. Coach Frank, ja. Ja, Bruder, aber bei dir ist ja normal. Du bist 30 Kilo, Bruder. TikTok macht Sperre bei dir. Hat nicht so viel Gewicht. Sancho, wie viel wiegst du? 80 Kilo, Bruder. Wie groß bist du, Sancho? Ja, ich bin 1,87. Du bist 1,87? Mhm. Dinger, dann war ja dein Vater richtig ein Dings, Bruder. 2 Meter. Ja, aber der war Basketballspieler. Der hat bei Dings gespielt früher. Wo? Bei... Er weiß nicht mal eine Mannschaft von Dings. L.A. Wie ist diese türkische verrückte Mannschaft? Lakers. Lakers. Türkei war einmal im Basketball. Aber ich hab manchmal... Der größte Mensch der Welt ist Türke. Die hatten so eine Joghurt-Firma, ne, Sancho? Boah, lieben wir. Meinst du, Raylau oder? Guck mal, Margot ist so, wenn er lange Weile hat, er will irgendwas kaputt machen. Da sind wir dabei. Ey, Margot, ich war letztens mit AJ. Kennst du AJ? Ich war mit AJ live, die hat voll gut von dir geredet, die ganze Zeit. Ich glaub, der hat ein bisschen Dings... Ich glaub, ihm gefällt, du gefällst der voll. Mir? Wie ist das, DJ? So ein TikTokerin mit Locken, so. AJ.live Warum hat er sich kennst du diese Ausgaben, Bruder? Sie haben so ein bisschen geredet über dich und über Umut und so. Und er hat gesagt, du bist ihr Favorit. Ich kenne ihn nicht, Bruder, ja. AJ.live war das. Vielleicht wenn ich... Hast du heute ein Handy, das dein Bild zu zeigen? Vielleicht so kenne ich ihn vielleicht. Ja, das war so stabil. Bruder, Jala rasiert ihn mal. Sofjan Offenbach, ich küsse dein Herz, Bruder, Ehrenmann. Alles Sofjan Offenbach, Freunde. Bruder, ich schütze. Ich hab sieben Kilometer, die haben zugenommen. Dann guck mal meinen Körper an. Definiert alles. Bruder, ich hab voll Hunger, ja. Zeig nicht diese Körper, ja. Ich hab nichts gegessen, die ganze Zeit. Und du hast zugenommen. Ayep. Hast du kein Bild von dem, Bruder? Hä? Hast du kein Bild von dem? Kein? Von LJ, LJ. Ah, Bild hab ich nicht, Bruder. Wie heißt der denn? Doch, ich hab... Warte kurz. Ich geh mal kurz, warte. Ja, krass, ja. Wallah, er ist ein richtiger Kämpfer, ja. Nein, Bruder. Nein, Bruder, ich würd immer mit seinen Knochen essen, Bruder. Bei dir weiß ich. Ey, Sanchai, nimm an, Bruder. Guck mal, Magomet ist nur, wenn er in seinem Zimmer rumläuft, Bruder, er kriegt Aggression, er will irgendwas kaputt machen. Für dir, Bruder. Guck mal, Magomet. Guck mal, Magomet. Nein, nein, nein. Ey, nicht die, nicht die. Warte, Magomet. Ich zeig dir den. Ich zeig dir den. Wie? Warte, Bruder, jetzt. Ich warte mal. Nur, dass du Bescheid weißt, Bruder. Ey, weißt du das? Junge Ei, was? Ja, hör mal, lösch das mal. Ey, lösch das mal. Ich kann das, Junge, Alter. Lach nicht, ja? Boah, war geil, ne? Sei ehrlich, Bruder. Wie geht's dir um 06.80? Gut, gut, Dias. Egal, das ist noch kein Freund damals. Magomet, du kannst ja, äh, warte mal kurz, Bruder. Magomet, du kannst ja Leute so bearbeiten. Kannst du auch die Hände links bearbeiten, auch? Nee, doch, schon jetzt, ja. Wann ist du da, Bruder? Bruder, ich hab dich voll besitzt, Magomet. Der hat voll gut von dir geredet. Wallah, sag Wallah. Wallah. Oh, Mashallah, Magomet. Mit 19 bist du wirklich gut durchtrainiert. Mashallah. Ja, Bruder, und du bist mit 30 und trinkst Bier? Ja, ich bin besser von dir als ich bin, ehrlich. Wer, 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 wer. Magomet ist gut durchtrainiert. Bruder, äh, Mo, ich will nicht gegen, Bruder, ich will nicht gegen dich schießen, aber was hast du für ein Handy, Bruder? Äh, 120. Ach so, von Hubei? Hä? Hubei? Nein, nein, 120. Warum nächste Kampf, Bruder? Magomet, guck dir mal ein Handy, iPhone oder so, nächste Kampf. Ey, Mo, würdest du gegen mich kämpfen? Ich suche Gegner gerade. Ich könnte mit Lefter drauf machen. Kommt drauf an, welche Veranstaltung oder so. Ja, Universum. Universum Boxing. Ich suche Gegner. Warum nicht? Warum nicht? Magomet, gehst du zu Harappen? Ich glaube, wir sind selber Gewichtsklasse, ja. Wieviel Kilo? Knapp 90. Wenn ich, äh, wenn ich trainiere, 95. Ja, ich wick 93. Perfekt. Komm, ich sag, Hamid Dumo, ich schreib Hamid Dumo, ich wick gegen dich kämpft. Bist du dabei? Schreib ihn mal. Ja, schauen wir mal, wirst du? Ich schau mir Angebot an und so, und dann geb ich dir Bescheid. Aber eigentlich, ja, warum nicht? Wenn es so passt, warum nicht? Sag mal, ich suche Gegner oder wenn ich gegen dich... Ja. Ey, aber guck mal, Bruder. September ist Face-off in Deutschland, Bruder. Du musst extra nach Deutschland fahren. Ich war schon ein paar Mal Deutschland. Hamburg, Berlin, Frankfurt. Ja, in Hamburg ist Face-off, Bruder. Wo wolltest du? Ich dachte, du wolltest in Frankfurt. Wie in Wien, Bruder? Wie? Ach so, ich dachte, du wolltest in Frankfurt. Bruder, gehst du zu Arafat kämpfen? Bruder, gehst du bei Arafat kämpfen? Ja, ja. Ja? Bruder, wie geht's dir, Bruder? Wirklich? Du weißt, was ich meine, du kämpfst gut auch bei diesen Veranstaltungen. Du bist echt der Kämpfer. Weißt du, was ich meine? Wenn Hamid kämpfen geht am September, darf nicht dahin kommen. Warum, Bruder? Bei Hamid, der macht jetzt auch September kämpfen. Hast du gehört? Ja, hab ich gehört, Bruder. Wenn dahin zu Hamid geht, darf bei Arafat nicht mitmachen. Hey, Magomed, du hast von Magomed, du hast Dings bekommen, Bruder. Dankeschön, Bodybuilder, ich küss dein Ernst, Bruder. Bruder, Wollah ist Ehrenmann, Wollah. Ich hab ihm diese Namen gegeben, diese Bodybuilder, Wollah. Achso, ihr kennt euch? Natürlich, Bruder, ich hab diese Namen ihm gegeben, Bruder. Er weiß noch, Magomed, wo wir mit Bestrafung gespielt haben, der hieß damals Bodybuilder. Dann hast du mich richtig auseinandergenommen. Hast du gesagt, komm, wir machen jetzt alle Bestrafung. Er ist ein Gönner. Wollah. Blumandant, willkommen im Stream, Bruder, jetzt. Wie geht's dir? Sportler. Oh, guck mal, Tam, wie geht's, Bruder? Tipp da noch auf dem Bildschirm, Leute. Komutan, sag ihm, ich komme heute nach Hannover, Komutan. Wollah, Komutan ist ein sehr respektvoller Junge, ich mag ihm. Ist der Komutan aus Hannover? Nein, Komutan. Achso, Komutan. Woll die Bilder, wie geht's? Okay, der mit wenigsten Punkten macht was? Gitz. Spass. Nächste Runde, diese Runde ähnlich. Nächste Runde, heute, nächste Runde. Nächste Runde. Nächste. Komutan, der mit dem wenigsten Punkten macht 20 Liegestütze. Wer ist dabei? Ja, Bruder. Drei. Topsupporter Name. Topsupporter Name. Segen zum Beispiel, Topsupporter ist mein King. Okay, wenn dir noch mal fünf Kniebeugen und Topsupporter ist mein King, Bruder. Ja, Topsupporter ist mein King, Bruder. Ja, wie lege ich dir so an der Kniebeugen so aus. Such dir aus, wer geht dir lieber. Ich war nicht. Achso, Kniebeugen, meinst du so, Bruder? Warte, so? Und dann so nach vorne? Nein, okay. Dings, Bruder, runtergehen, hoch, runter. Nein, Mann. Wer ist denn? Asger. Leute, kommt alle zusammen. Dennis, rette mich, Bruder. Der mit dem wenigsten Punkten muss fünf Kniebeugen machen. Ja. Ja, okay, der mit dem wenigsten muss fünf Kniebeugen machen, Leute. Aber jeder, aber jeder hat einen Joker, dass er eine Strafung machen muss, okay? Gebt Gas, gebt Gas, gebt Gas, gebt Gas, Leute. Was? Jeder hat einen Joker, dass er eine Strafung machen muss. Abends. Leute, das wird Bestrafung, Leute. Kommt alle zusammen. Berdo, danke für den Follower. Gebt Gas, gebt Gas, Leute. Magomed, an was denkst du? Ja, an welchen? Hm? Ich hab so einen Gedanken so einmal weggucken. Was hast du gedacht, Bruder? Alles gut. Leute, alle zusammen. Ja, ich komm mal zwei, Leute. Fast aus nichts, alles gut. Das geht. Leute, eine Rose noch, eine Rose noch, Leute. Eine Rose noch, Leute. Drei Rose, war der krank, Freunde. Leute, eine Rose noch. Drei Rose noch. Jetzt. Jetzt. Leute, eine Rose. Perfekt. Dennis, danke schön. Leute. Leute, der mit den wenigsten Punkten macht, äh, fünf Kniebeugen und muss alle tippen. Ohhhh. Top Supporter nahm sagen. Kommt. Gleich mal zwei, Leute. Wartet, bis mal zwei kommt. Jetzt, Leute. Mal zwei, mal zwei. Jetzt oder nie, Leute. Gebt Gas. Luke, danke. Vielleicht Luke. Daniel! Es geht um Betrafung, Leute. Gebt Gas, Leute. Was macht das, Leute? Dennis Ehrenmann, Wallah. Ich küsse dein Herz, Bruder. Mein Abonnent, Digga. Ehrenmann. Leute, alle zusammen, Leute. Alle zusammen, jetzt. Kommt. Wie kann man ein Match verlassen? Wie kann man ein Match verlassen? Ich küsse dein Herz. Danke dir. Komm, was die machen, Bruder. Ich bin stark, Alter. Dennis, du bist ein Ehrenmann. Ich küsse dein Kopf. Leute, alle zusammen. Guck mal, wie Sancher guckt. Ich sag, scheiße. Er muss gleich Kniebeug machen. Ey, Magomet, ist bei dir noch Boda drin? Daniela, danke. Digga, Sancher, du kannst gleich Dicke Stütze machen. Ey, Kniebeug machen, Bruder. Gebt Gas, Leute. Komm, Magomet, Bruder. Zeig, wie man rausgeht, Bruder. Wir treffen uns dann wieder. Salam Aleikum, Bruder. Ey, du musst... Top Supporter gleich. Dennis Majjewski, musst du sagen. Dennis Majjewski. Junge, man sagt nie Nachnamen mit. Wo sind wir hier? Ja, okay, Dennis. Dann sagst du Dennis. Aber warum denkst du, dass ich verliere, du kleiner süßer Junge, ja? Ey. Ich dachte, du stehst auf Frauen. Hey, steh ich doch. Dann sagst du sowas zu mir, Bruder. Okay, Tau. Tut mir leid. Ab jetzt nenne ich dich nicht mehr, kleiner. Sondern genau im Gegenteil. Großer, brutaler Mann. Dankeschön, Bruder. Ey, doch. Großer, brutaler Mann. Dennis! Wir müssen den fertig machen, ja? Freunde. Ey, Bruder, du bist glaube ich mit der Bein, Bruder. Ey, Bruder, du bist glaube ich mit der Bein, Bruder. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Magomed, du musst auch passen. Lass, lass den Badisch gewinnen. Leute, gebt Gas, gebt Gas, Leute. Magomed, du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Mann. Löwe. Ey, Magomed, ich will gleich, ich komme für dich noch zu deiner Stadt. Wir gehen jetzt. Badibutta! Du Löwe! Was für ein Ehrenmann, ja? Ja, ich küsse doch seinen Nacken, ja. Dennis! Steig, steig, steig. Dankbar, Bruder. Was ist los hier? Dennis, blicka. Gebt gar, geht gar. Leute, noch 30 Sekunden. Boah, stark. Wirklich vielen ihm dankbar, die Bruder. Sei ehrlich, wo du Tattoo gemacht hast, auf Hand, dachtest du, du wärst Bushido. Ich bin Bushidos Cousin, Leute. Werde auf Hand, Bushido. Ich hab nicht. Das ist mein Name, Bruder. Das ist auf Japanisch mein Name. Leute, gebt gar, gebt gar. Jetzt oder nie, Leute. Lasst mich nicht verlieren. Frieden, Leute. Frieden. Das ist mein Name, Leute. Frieden heißt aus. Mein Name bedeutet Frieden. Na jetzt! Wie heißt Top Supporter Badisch? Dennis Majewski. Majewski Dennis. Bruder, man muss dich sehen, Bruder. Ja, ich stelle das gerade an, dass man mich sieht. Dennis Majewski. Alle Dennis Majewski vor ihm, Leute. Bruder, mach doch mal jetzt. Warte gleich, Bruder. Ich stelle dein Handy an. Bruder, kannst du eine Flasche runter tun auf den Boden? Hey, Polakos. Dennis Majewski ist gay. Dennis Majewski. Dennis Majewski. Aber warum stöhnt du seinen Namen? Du sollst nur seinen Namen sagen. Nicht stöhnen. Okay. Verlierer. Verlierer sitzt. Ne. Verlierer muss... Was macht Verlierer? Verlierer hat mir ein Gött gegeben, komm. Nein, das ist so andere Aggressivität, Leute. Verlierer entschuldigt sich beim Top Supporter mit heulender Stimme. Ja, okay. Verlierer. 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 Du kannst du machen, wenn du verlierst machst du das, der Rest heult, okay? Okay. Weil der ist Profiboxer und hat keinen Bock, dass es diese Tonaufnahmen gibt. Ja, oder jeder Mensch wird gleich behandelt werden, Bruder, das Ei. Warum er so und wir so, oder? Der ist Profiboxer. Ja, Digga, da nimmt doch kein. Jungen, der hat noch eine Zukunft vor sich, nicht so wie wir bei Wolfsmanns. Dann lass andere Bestrafung machen. Kein Bock, das ist so. Der hat alles verloren. Okay, der Verlierer geht bei Nachbarn klingelt und fragt nach 1 Euro. Bruder, ich hab keinen Nachbarn hier, ich wohne alleine. Dann gehst du raus und Passanten nach 1 Euro fragen. Bist du dabei? Allein im Wald. Nein, Bruder, nein, Bruder. Hör ich mal einen Ausblick, zeig ich mal. Allein im Wald, Bruder. Der Polakow, ich küsse dein Herz. Ey, was macht der Verlierer, sag mal jetzt. Gleichberechtigung. Der Verlierer zeigt seinen Bauchnabel. Damit du geschätzt bist. Ein Waffe gecoint, seinen Bauchnabel gezeigt. Nein, nein, der Verlierer entschuldigt sich beim Top Supporter. Ja, Gleichberechtigung, okay. Ja, okay, der Verlierer entschuldigt sich beim Top Supporter mit Nein in der Stimme. Er soll sich schleimen beim Dings. Nein, keine Ansagen, Bruder. Nein, ich bin nicht mehr am Ansagen. Dankeschön, Bruder, bitte. Scheiße, ist vorbei. Ich mach niemals Ansagen an Arafat, Bruder. Der Verlierer entschuldigt sich beim Top Supporter, Leute. Und schleimt, schleimt. Der Verlierer schmeißt sein Hausmüll aus dem Fenster. Was schmeißt du aus dem Fenster? Sein Müll, Müllbeutel aus dem Fenster. Wer ist das, der da schreibt ja Level 4? Der Holländer hat letztes Mal Matratte aus dem Fenster geschmissen. Geht Gas, Leute, geht Gas. Bruder, ich bin... Leute, ich bin da noch mit. Akastja, was geht ab? Wie geht's dir, Akastja? Bruder, bin ich schon mal da. Ich bin jetzt. Mal, ich bin jetzt. Mal, ich bin jetzt. Mal, ich bin jetzt. Mal, ich bin jetzt. Bruder, ich bin jetzt. Bruder, weiß ich nicht, ich gucke es keinen. Musst du ihn fragen, Bruder, wer das mag? Bruder, jetzt? Oh, mal du mit. Junge, ja. Der Verlierer entschuldigt sich beim Top-Supporter. Kommt. Mo, was war die schlimmste Strafe, die du jemals gemacht hast bei TikToks? Ich? Mo. Wo? Ich glaube, unter Dusche gehen. Unter Dusche gehen. Unter Dusche gehen. Ich habe nicht oft mit Strafe gespielt, Bruder. Ja, Alex, wie geht's Bruder? Hast du schon mal Toiletten? Bei dir was war schlimmste? Na? Mit Toilette irgendwas zu tun gehabt? Nein. Maximal unter kalte Dusche gegangen. War das schon mal deine schlimmste Strafe, Bruder? Meine schlimmste Strafe war Cola, ein Liter Cola auf Ex. Was? 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 Ich küsse deinen Kopf. Danke für dein Bruderherz. Wie geht's dir, mein Kingdenno? Karlsruhe regiert, Junge. Ja, jetzt so wie es aussieht, Mo, musst du dich entschuldigen jetzt bei Buddybutter mit heulender Stimme. Was gibt oder was machen, sag ich? Ich küsse, ich küsse, ich küsse. Ich küsse. Ich küsse, ich küsse, ich küsse. Ich küsse, ich küsse. Was gibt oder was machen, sag ich? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße, meine Leute, bitte nicht, nein. Leute, der Verlierer entschuldigt sich beim Toch-Supporter mit heulender Stimme. Das heißt, Mo 86 muss leider wieder die Strafe machen. Ist ja klar. Oh, das ist ja klar. Zweifeln die in der vier Sekunde, weißt du? Vielleicht Zweifeln die. Ja, Queen, ich kann mich alleine entscheiden. Die Leute müssen auch supporten und so. Das muss von Herzen kommen von den Leuten. Laber doch nicht sowas. Bumm, Leute, alle zusammen, Leute. Kommt zusammen, Leute, kommt! Jetzt! Scheiße! Jetzt! Bam! Danke dir, küsse dein Herz. Boom! Ich habe dir gesagt, boom. Es tut mir so leid, Buddybutter. Ah! Basti, Mutter! Basti, Mutter, es tut mir so leid. Okay, ey, seid langweilig, ja. Warte, ihr seid langweilig. Magomet nicht, aber ihr zwei. Du bist da warm? Du bist da warm? Wollah, der Teufel war einmal drin. Mein Schuh auf dein Kopf. Äh, Sanchel. Mein Schuh auf dein Kopf, Sanchel. Ey. Ey Leute, komm. Der ist automatisch gegangen. Du bist richtiger Spielverderber, Sanchel. Ich schwöre, Sanchel. Wegen dir ist er gegangen, Sanchel. Ja, wollah, er ist wegen dir rausgegangen. Kennt ihr den schon? Salaam Aleikum. Ey, guck mal wieder. Aleikum Salaam. Sanchel. Sanchel, wo bist du? Ich bin bei Kindergarten. Wo bist du? Komm raus. Komm raus, Sanchel. Werd ein Mann. Komm raus aus deinem Kindergarten, Junge. Junge, komm raus aus deinem Kindergarten. Ammar, Dankeschön, Habibi. Er redet nicht mal darüber. Jürgen, was machst du da wie Sinanji auf einmal? Junge, sei nicht so respektlos. Ja, komisch. Was denkst du da? Ich warte auf dich, dass du rauskommst endlich. Ich bin auf jeden Fall nicht da, das ist ja klar. Ja, aber Queen, die wollen nicht. Riese, du spitzst dich mit Bestrafung, Bruder, ne? Natürlich, Junge. Natürlich, Badrisch. Ja? Ja. Ja. Okay, Verlierer beantwortet eine Frage mit Ja. Seid ihr dabei? Jallah. 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 Leute, Top-Supporter entscheidet die Frage, Leute. Kommt. Nein. Eine Frage wird mit Ja beantwortet, Leute. Kommt. Bei mir entscheide nur ich selber die Fragen. Leute, Top-Supporter entscheidet die Frage. Stumm dich jetzt. Nur ich entscheide die Frage. Für alle zusammen, Leute. Mäli, Uwe. Wie meint die Hunde? Bitt und seltsam. Leute, Top-Supporter entscheidet die Frage, wenn er was fragen möchte. Kein Problem. Alle zusammen, lasst Riese auf Null. Mo versucht hier mit 6 Punkten seinen Götz zu retten. Leute, kommt alle zusammen. Queen, danke. Leute, es geht gar nicht. Leute, alle zusammen 3 mal loslassen, 3 mal loslassen. Das ist Schluss mit euch. Leute, das ist Schluss mit euch. Ich füße deine Ecke, Leute. 2 Rosen noch, 2 Rosen, 2 Rosen sehr viel danke, 3 Rosen noch Leute, Ferlira muss eine Frage mit Java antworten eine Rose antworten Gennaro, Miki, danke schön jetzt zwei Leute, komm danke schön Leute, Ferlira muss eine Frage mit Java antworten Gennaro, danke schön, mein Bruder ich küsse doch dein Herz jetzt Leute Leute, alle zusammen heute Jens, danke schön komm, die Folge ich küsse dein Herz, Gennaro Jens, danke, Leute, alle zusammen, genau so Leute, alle zusammen heute alle zusammen heute Leute, alle zusammen, Leute Leute, alle zusammen heute Leute, alle zusammen Leute, alle, alle Jens, hab ich dich nicht gefolgt Jens, haben wir Inte everyone Leute, Ferlira muss eine Frage mit Java antworten, Leute Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten, komm. Leute, alle zusammen. Leute, Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten, Leute. Abu Antar, das ist Abu Antar. Leute, Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten, Leute, kommen alle zusammen. Abu Antar, ich küss sein Herz zu Ehren, Mann, Wallah. Stark, Wallah. Alle immer Typenfreunde, ja, was ist das? Leute, Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten, Leute. Du Löwe, du Löwe, du Löwe, du Löwe, du Löwe, weiter, 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 du Löwe, ja, Junge, ja, Abu Antar. Leute, kommt, lasst mich nicht verlieren, Leute, kommt. Gebt Gas, Leute. Abu, was machst du? Leute, Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten. Einfach 200 Rosen. Leute, fragt alle Abu Antar. Ne, ihr seid einfach keine Gegner. Komm, jetzt, komm, Leute. Abu Antar, was machst du? Ach, geht's gar nicht, Leute. Ach, da, kochum bin, man. Kochum bin, was machst du, Bruder? Leute, alle zusammen. Abu Antar. Ja. Ganz krass. Kommst auf 5. Leute, Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten. Jens, vielen lieben Dank. Jens, Dankeschön. Ich küss sein, wenn es bekommt. Leute, alles zusammen. Was? Weil du schattet hier jetzt, hast du gesagt, Leute. Was gibt es dir, Bruch, sonst gibt es jetzt hier. Leute, Verlierer muss eine Frage mit Yabu antworten. Wo seid ihr, Leute? Bela, Dankeschön, Bela. Wie ist es? Abu Antar, du Ehrenmann, ich küss dein Herz. Vielen Dank, Gott, Reis. Alles gut, Dennis. Leute, Top-Supporter entscheidet die Frage. Mein Top-Supporter ist da. Leute, komm, alle zusammen tippen, Leute. Tippen. Eine Frage mit Yabu antworten. Abu Antar, du Ehrenmann. Was machst du? Leute, noch 20 Sekunden aufpassen. Aufpassen. Leute, kommt. Aufpassen, Leute. Gebt Gas, gebt Gas. Nein, nein, nein. Noch 20 Sekunden. Leute, Top-Supporter entscheidet die Frage. Pide, komm, wo? Gewinnt. Echt? Schade, ja. Es ist schade. Leute, Leute, passt auf, dass er nicht trifft, Leute. Gerade im Augenblick. Ach so, du kommst schon gewinnt. Ich hab dich gesehen. Echt? Ja, du bist schon ganz schnell vorbeigefahren. Ja, Mann. Für mich ist noch nicht. Ja, okay, ey. Senchel, du musst. Jeder eine Frage. Mach mal Match verändern. Weil nur eine Frage, Top-Supporter entscheidet. Eine Frage nur. Abu Antar, was soll ich fragen, mein Bruder? Wer hat denn hier Top-Supported, Digga, eben gerade? Bei dem? Abu Antar. Bei dem Spiel. Warte, ich muss gucken, bei dem Match hier. Jens, entscheide mal die Frage, Bruder. Was soll ich ihm fragen? Hallo, bei Rizis Top-Supporter. 500 Punkte. Bruder, jeder sein Top-Supporter. Eine Frage, jeder sein Top-Supporter. Nein, wir haben nur eine Frage gesagt. Du kannst dich einfach mit dem drin ändern. Du kleiner Göttwellen, mach nicht so jetzt. Dennis, frag mal hier im Chef, Leute. Was soll ich ihm fragen? Senchel, stimmt es? Dennis, er ist rausgegangen. Jens ist rausgegangen. Frag, Bruder. Senchel, stimmt es, dass du neben Sinan G langsch, während er diese schwarze Silber und Metall reinschiebt, dass du das gemacht hast? Ja. Schäm dich. Hallo? Ich schwöre schäm dich. Was hast du gesagt? Ich habe nicht gehört. Dennis, frag, Bruder. Dennis, frag eine Frage, was ich stelle. Er muss mit Ja beantworten, Dennis. Frag mal jetzt, bitte. Ja, Mo, fang an, Bruder. Fang du an. Wir haben doch schon. Nein, jeder darf fragen. User, 1917. Nein, so ein kleiner Göttwellen, Mann. Komm, ich komme auch gleich wieder rein. Alles gut, Bruder. Ciao. Okay, die Frage jetzt. Gestalt gehabt, warte. Frag. Warte, Gott. Warte, Gott. Warte, Gott. Warte, Gott.